hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja heute geht es mal um den bereich wohnen kaufen mieten oder wie wohnt man heute generell in großbritannien oder in schottland möchte ich erstmal auf die unterschiede eingehen zwischen deutschland schottland österreich schweiz wobei schweiz österreich kenne ich mich nicht so toll aus habe ich noch nie wirklich gelebt also da kann ich nicht wirklich zu viel sagen wäre dann vielleicht dazu wenn ihr mir dann feedback geben könnte ja wie soll man das sagen fangen wir mit dem größten unterschied an die schotten oder die briten allgemein sehen häuser erstmal als nicht so wie die deutschen als als gut dass man sich auf seine rente vorbereitet dass man etwas für das alt hat sondern es ist mehr wie so ein auto lebensbegleiter für zeitliche abschnitte im leben das äußert sich natürlich auch dann dementsprechend wie schotten oder briten generell mit ihrem wohneigentum umgehen ja wie soll man sagen man kommt also zum beispiel nach schottland man muss irgendwo wohnen also drei zimmer küche deal bad ganz so einfach ist es nicht weil das britische system etwas anders funktioniert die briten gehen immer erstmal davon aus dass jedes haus ein wohnzimmer hat eine küche hat irgendwie und auch ein badezimmer hat flur na gut da kann man sich jetzt darüber streiten also der grobe unterschied ist schon mal wie gesagt dass man hier in schottland dann nach entsprechender anzahl der schlafzimmer sucht das heißt also wenn ich hier drei zimmer küche die le bad habe wären das in deutschland also quasi das wohnzimmer zwei schlafzimmer oder ein schlafzimmer ein kinderzimmer und dann hat die küche die le bad wenn ich jetzt in schottland aber nach drei schlafzimmern oder drei free bedrooms drei bedrooms suche dann ist das eigentlich in deutschland vier zimmer küche die le bad oder vergleichbar mit vier zimmer küche die le bad weil ich habe ein wohnzimmer ich habe meine drei schlafzimmer wo in der regel eins das so genannte master oder der sogenannte master bedroom sein würde also quasi das eltern schlafzimmer und dann zwei weiteren schlafzimmer küche die le bad das ist zuerst mal der ganz grobe unterschied der nächste ganz ganz grobe unterschied ist dass in ungefähr 85 prozent der fälle vielleicht sogar 90 in großbritannien spezielle in schottland häuser kein keller haben also wenn jemand keller liebhaber ist der kann hier auf probleme stoßen es gibt zwar keller vor allen gerade in mietblöcken also da kommen wir später zu appartement häuser da gibt dann so kleine unterstellkeller wie es die wahrscheinlich in deutschland auch gibt aber ich sag mal die einfamilien häuser haben nicht wie in deutschland keller also ich habe auch kein keller ja wie soll man sagen wie gesagt die deutschen sehen das etwas anders die sehen das haus irgendwie so als langlebiger station wo man die bei seinen kindern noch machen kann aber um erst mal im alter abgesichert zu sein das sehen die schotten wie gesagt so nicht das heißt der schotte geht eigentlich durch ich würde mal sagen in der regel durch zwei bis drei stunden sprich ein paar lernt sich kennen will zusammen wohnen mietet oder kauft sich ich sag mal irgendwie ein zwei bettrum haus wohnung kommt dann irgendwann so nach fünf jahren auf den trichter naja so ein kleines dann ist geschöpft da wäre ja nicht verkehrt also suchen wir uns jetzt mal etwas größeres wird dann wahrscheinlich in zwei oder drei bett haus werden oder wohnung wobei bei zwei bis drei bedrooms kommen dann schon wirklich in den bereich häuser und dementsprechend gibt das also dann entweder ins gemütete das aber wird verlassen wenn es verkauft ist wenn es gekauft wurde wird es dann wahrscheinlich verkauft und es wird sich was neues zugelegt es kommt in zwei jahren doch das zweite kind dazu gut wenn es jetzt vielleicht ein bisschen tight also ein bisschen eng ist im finanziellen rahmen wird man wahrscheinlich erst noch bei den drei zimmern bleiben schlafzimmern aber ansonsten wie man sich leisten kann man hat vielleicht auch den beruflichen aufstieg geschafft da kommt eventuell auch noch das vier bedroom aus dazu sprich man zieht wieder um was sie wieder eine neue wohnung oder neues aus und so geht das weiter ich will jetzt nicht ganz ausschließen dass es natürlich auch in großbritannien und in schottland häuser gibt die quasi angeschafft werden um auf dauer in der familie zu bleiben das findet man vor allen dingen bei ich würde mal sagen sehr hochgestellten familien obere mittelschicht und oberschicht oder oberschicht ich meine wenn ich mir natürlich ein altes herrenhaus kaufen für 2,5 millionen pfund das möchte ich schon irgendwo behalten auch für die nachfolgenden generationen und um alte abgesichert zu sein aber wie gesagt ich sage mal die normale arbeiten die arbeiterklasse oder die arbeit in der mittelschicht behandelt das haushalt mehr wie so eine art wegbegleiter für auf zeit wie quasi ein auto naja wie gesagt wenn man jetzt nach schottland kommt gibt es halt verschiedene möglichkeiten wie man wohnen kann die einfachste und man anfangen eigentlich auch die billigste version gerade wenn man zum beispiel ich jetzt nicht mit einem riesen klotz an geld ausgewandert ist ich meine ich weiß nicht wie viele leute mein video ich werde es mal irgendwo verlinken wahrscheinlich in der ecke oder der ecke ausgewandert mit 1600 euro da ist natürlich jetzt nicht wirklich ein großes bolster da um hier mal ebenso für 200.000 oder so ein haus zu kaufen auch bei meinem obwohl ich jetzt in der neuen firma doch erheblich mehr verdiene fast das doppelte wie in der alten firma auch da wird mir jetzt aufgrund meines alters ich manchmal schon in den 50ern jetzt auch nicht wirklich so viel geld mehr angewachsen werden können dass ich mir irgendwann aber nahezu gut ein haus kaufen werden können das funktioniert hat einfach nicht weil man kriegt hier in großbritannien das kommt man auch mal in einem anderen video auch mal dazu banksystem geldwesen und so man kann in großbritannien generell keine kredite bekommen die länger gehen als das arbeitsalter das heißt das offizielle rentenalter momentan ist noch 67 ich hoffe das bleibt auch so zumindest für meine generation noch so dementsprechend kann ich also nur darlehen oder kredite bekommen die bis 67 laufen das heißt wenn ich jetzt geld nehme sind das noch ich will jetzt nicht genau mein alter verraten aber es sind weniger als 15 jahre die dann noch bleiben in denen ich quasi dieses geld zurückzahlen müsste so das heißt wenn ich jetzt mal von 200.000 pfund ausgehe für einen kleinen bungalow oder ich weiß nicht dieses haus wird wahrscheinlich mehr werden das wäre wenn ich das haus kaufen wollte wäre ich wahrscheinlich über 250 bis 300.000 also das wäre wahrscheinlich komplett außen vor aber das wäre eine monatliche belastung von ungefähr 1600 das geld muss man erst mal verdienen und wie gesagt es muss definitiv bis zu einem erreichen des rentenalters abgezahlt werden es ist also nicht wie es in einigen anderen ländern möglich ist das weiß ich weil in deutschland ist es möglich selbst wenn man im rentenalter ist noch kredite zu bekommen wird hier nicht funktionieren das heißt also ich werde es wahrscheinlich mir nie schaffen außer ich gewinne mal ein bisschen holz ich gewinne mal ein lotto werde ich mir hier das nicht leisten können zumindest nicht so ein großes haus zu kaufen kleines haus vielleicht noch da ist aber nur noch die frage ob ich das dann schaffe das auch abzubezahlen wie gesagt aber es gibt jetzt drei möglichkeiten für jemanden der zum beispiel einwandern möchte gibt es zum einen wie gesagt mieten kaufen und die dritte möglichkeit das ist gerade im anfang auch die billigste aber auch die etwas komplizierteste muss ich ganz ehrlich sagen weil da komme ich jetzt gleich noch zu schert living das ist also man kann es ein bisschen mit einer wohngemeinschaft vergleichen aber nicht wirklich weil die wohngemeinschaft ist ja ein prinzip irgendetwas wo sich jemand etwas besitzt oder teilweise auch eingemietet wird als gruppe während hier schert living eigentlich mehr beschreibt dass man hat ein eigentümer ich sag jetzt mal bewiesen mein fall war eine alleinstehende dame die zwei bedroom house hatte oder ein bungalow hatte mit zwei schlafzimmern drin die lebte dort alleine und konnte aufgrund des studiums und der rückzahlung und bankkredite das ganze natürlich nicht mehr alleine tragen so dementsprechend hat sie dann quasi jemand gesucht der ein zieht und ihr ich habe damals 400 pund bezahlt diesen raum quasi mietet richtig mit vertrag also einem lotger vertrag und alles auch mit zeugen und alles kaution bezahlt eingezogen 400 pund bezahlt so in diesen 400 pund war eigentlich die gesamte led oder alles was man eigentlich brauchte um dort leben zu können war inkludiert sprich ich hatte also meinen raum ich durfte die küche mit benutzen ich durfte die waschmaschine benutzen ich hatte meinen eigenen kühlschrank ich durfte den garten benutzen ich durfte das bad benutzen internet war drin telefon natürlich nicht fernseh und fernsehgebühren waren drin die man in großbritannien nicht unterschätzen sollte weiß jetzt nicht ob es 12 oder 24 von pro monat sind ich müsste jetzt auf meinen bank account gucken aber das ist nicht zu unterschätzen also man kann hier auch richtig böse dinge geraten wenn man die nicht bezahlt also die schaltet das programm ab ist wie gesagt erstmal eine tolle sache weil 400 pund kriegt man erstmal keine wohnung großartig zu mieten kriegt man schon aber hier muss man durch gewisse tests durchgehen sprich ein bisschen wie in deutschland so dieser schufa test oder so hätte ich es fast gesagt also das wird hier tatsächlich es gibt ja agenturen die machen für vermieter mussten wir jetzt hier durch das haus zum beispiel auch da werden dann quasi abfragen gestellt ans criminal record register also ist derjenige der hin mir mein mein haus meine wohnung irgendwann mal auffällig geworden ist der irgendwo mal registriert worden durch die polizei straffällig geworden oder 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 durch bankenregister sprich wie sieht die bankwürdigkeit aus also wir haben zwar keine schufa aber hier gibt es auch nur credit history die quasi von der bank erstellt wird und von unabhängigen institut bewertet wird die kann man auch gewisse weise beeinflussen da mache ich mal ein eigenes video zu sind eine ganz interessante aktion wenn man das nicht weiß kann man da teilweise lange zeit wie ich hoch auf der stelle hängen bleiben aber wie gesagt diese ganzen hintergrund checks die werden gemacht es kommt natürlich darauf die immobilie an wie tiefgreifend diese checks sind aber die werden halt gemacht und die wird man als neuling wahrscheinlich noch ohne eigenen bank account in schottland nicht wirklich bestehen dementsprechend wird es einem schwerfallen weil man in der regel auch referenzen braucht man braucht also zum beispiel eine referenz vom alten vermieter vom arbeitgeber eventuell nach dem motto na gut in meinem fall zum beispiel michael ist also sehr zuverlässig kommt immer zur arbeit macht seine arbeit properly und so also diese referenzen wird man als neuling natürlich nicht erbringen können dementsprechend dürfte es dem neuling schwerfallen hier eine wohnung zu bekommen ist nicht unmöglich das möchte ich jetzt behaupten es gibt auch gerade von privat viele leute die sagen okay komm deine nase gefällt mir machen wir aber gerade wenn es um wohnbaugenossenschaften gehen um wohnungen nennen kann das schwer werden dementsprechend ist das shared living für den anfang eine ganz gute sache und wie gesagt eine billige sache weil man hat quasi all inclusive ich brauche mich nicht um einen internetvertrag zu kümmern habe also erstmal keinen großen ärger mit irgendwelchen anbietern ich brauche mich um strom zu kümmern ich brauche mich ums wasser ums council zu kümmern weil council tax alles ist inclusive also ich brauche mich um wirklich eigentlich nicht zu kümmern ich zahle meine 400 pund im monat oder was der entsprechende vermieter verlangt kann auch mal weniger mal mehr sein bei mir wasser damals in windows und man das ist jetzt nicht gerade dafür bekannt dass es ein günstiges plaster ist aber wie gesagt es war auch nur gut muss man dazu sagen auch eine gute wohngegend also crown war damals schon einigermaßen ja doch eine sehr angenehme wohngegend aber wie gesagt alles war inclusive so und jetzt kommt aber genau der punkt dieses all inclusive für einige sachen verlangen bestimmte unternehmen einen identitätsnachweis als identitätsnachweis gelten zum beispiel oder ein adressenachweis sagen wir es mal so nicht identitätsnachweis ein adressenachweis für diesen adressenachweis verlangen gewisse unternehmen firmen zum beispiel eine utility also eine monatliche abrechnung wo deine adresse draufsteht dein name draufsteht aber quasi die adresse an der du lebst und dein name vor allen dingen draufsteht und die müssen auch ziemlich normalerweise sollten die nicht älter als drei monate sein das heißt also die kannst du nicht erbringen diese utility bill weil du wirst keine rechnung vom council bekommen so wie jetzt hier kriege ich eine rechnung vom council das ist ein haus und ich berechne mir aus wie viel ich am council tag bezahlen muss da ist halt quasi mein wasser mein abwasser und straßenreinigung und alles inbegriffen meine müllabfuhr ist alles damit inbegriffen das berechnet sich zum einen nach der lage nach dem haus also nach der größe des hauses nach der wohngegend und nach dem aufwand und die kriege ich ja aber wenn ich ein shared living mache kriege ich die halt nicht weil das läuft ja alles auf den namen des eigentümers nicht auf deinen namen oder euren namen sondern auf denen das eigentümers dementsprechend kann ich in gewissen bereichen mit shared living zwar weiter kommt von anfang aber wenn ich tiefer greifende weiterführende schritte machen will kann es problematisch werden weil ich halt diesen adress nachweis nicht bringen kann ich kann mir dann zwar natürlich vom vermieter ein entsprechendes briefchen aufsetzen lassen ob das anerkannt wird ist eine sache wie gesagt bei mir war es zum beispiel so der fall also ich durfte zum beispiel das wohnzimmer nicht mit benutzen ansonsten stand mir alles frei obwohl es eigentlich ganz witzig war weil man musste um in die küche zu kommen durchs wohnzimmer durch also gut aber man hat halt abends nicht da gesessen außer das kam mal dazu dass man halt mit der entsprechenden person oder in meinem fall der vermieterin dann auch mal abends da gesessen hat einen kleinen quatsch gehalten hat oder so oder zusammen in der küche gesessen hat und zum beispiel zusammen abend essen gemacht hat kam jetzt nicht regelmäßig vor alleine schon weil sie hat damals ja auch schichtdienste gemacht und ich habe ja auch verschieden gearbeitet da hat man sich also teilweise gar nicht gesehen so also beim shared living kommt natürlich wirklich hinzu guckt euch den vermieter an ihr lebt mit jemandem auf einem raum der nicht euch gehört sondern der entsprechenden anderen person also dass die basis die sollte stimmen also wenn die chemie schon nicht stimmt zum beispiel beim ersten besuch man sollte also auf jeden fall persönlichen kontakt suchen mit dieser entsprechenden personen da gibt es auch schön als für sparen zum beispiel da kann man da ist eine app die kann man sich aufs handy laden da kann man dann entsprechende räume suchen kann die leute anschreiben eventuell mal einen termin vereinbaren dass man diese person auch erstmal kennenlernt auf die man sich da einlässt und wenn die chemie nicht stimmt sollte man es vielleicht sein lassen auch wenn es noch das beste angebot ist das man kriegen kann auch wenn es das glück nächstgelegene angebot ist oder so sollte man dann eventuell vermeiden wie gesagt das ist erstmal so das grobe dann wie gesagt der nächste schritt wäre mieten wenn man wie gesagt die möglichkeit findet jemanden zu finden der einem das privat oder auch eine agentur weil hier geht auch vieles über real estate agents also die gehen dann wirklich machen alles für den vermieter der vermieter kümmert sich da eigentlich gar nicht drum dann kann man natürlich auch mieten oder wenn man natürlich das entsprechende kleingeld mitbringt kaufen da muss ich auch ganz ehrlich sagen wenn man wirklich hierhin auswandert und wirklich gedenkt sich hier den lebensabend zu erfüllen dann sollte man tatsächlich hingehen wenn man das bargeld hat oder das geld hat kaufen ich würde davon abraten am anfang mich einer finanziellen belastung auszusetzen sprich einen kredit aufzunehmen in deutschland weil hier wirst du sowieso nicht kriegen oder hier wird man ihn sowieso nicht bekommen aber ich würde also auf keinen fall so machen nach dem motto okay ich nehme jetzt mal mir 300.000 euro kredit und kaufen wir jetzt da drüben ein haus und versuche dann hier zu leben also da würde ich mich nicht darauf einlassen weil wenn hier was schief läuft zahlt ihr trotzdem diesen kredit ab und müsst eventuell schottland verlassen oder großbritannien verlassen und das sind sachen also wenn man einen gesicherten arbeitsplatz in der tasche hat und weiß der ist unbefristet oder ihr habt ein entsprechendes visa das unbefristet ist kann man sich auf so ein spiel einlassen ob die deutsche bank da mitmachen wird ist eine andere frage kann ich nicht beurteilen also in schottland werdet ihr den kredit doch kein beibekommen da könnte auch nur 20 25 jahre sein und wissen dass er die nächsten 50 jahre abbezahlen könnt aber die bank von vorne sagen ja sorry also haben sie erst mal ein jahr oder anderthalb jahr zwei jahre bei uns ein konto dann können wir uns vielleicht mal beim kleinen kredit unterhalten aber über 300.000 da haben sie erst mal ein konto für fünf jahre dann können wir mal darüber weiter reden also so sieht es ungefähr hier aus also macht euch da keine illusion so dann kommen wir erst mal zur allgemeinen situation in schottland sorry aber ich muss jetzt hier wieder mal auf meine papiere achten weil ich will euch alles erzählen also laut volkszählung im jahr 2011 ist die letzte offizielle volkszählung gewesen gab es in schottland zwei millionen 372 1777 haushalt das ist oder war eine steigerung von 8,2 prozent zur vorherigen volkszählung die im jahr 2001 stattgefunden hat dabei wurde festgestellt dass 36,4 prozent der schotten in wohnungen leben 22,8 prozent in doppelhaushälten 21,9 prozent in einschildstehenden häusern und 18,6 prozent in reihenhäusern 101.000 eigenheime in schottland waren zu diesem zeitpunkt nicht ständig bewohnt davon waren immerhin 36 prozent sommerhäuser oder zweitresidenzen der durchschnittsbetrag der durchschnittspreis zum kauf eines hauses betrug im durchschnitt 2011 46.000 bunt für ein haienhaus über die ganzen spezifikationen was ein reihenhaus ist komme ich später noch zu 35 prozent der hauseigentümer lebten auch in ihren eigenheimen und im jahr 2022 september dieses mal musste man durchschnittlich 196.000 bunt für ein haus bezahlen also man sieht den dramatischen preisanstieg von 46.000 zu 2011 und 196.000 2022 also das ist ein enormer ansprung der nicht nur corona gewidmet ist sondern auch teilweise den regionen wo man baut also schottland hat erkannt oder hohes britannien hat erkannt dass einige bereiche gerade schottland doch sehr angenehm zum leben sind gerade für ältere leute und dementsprechend sind die preise natürlich angebot und nachfrage wie soll es anders sein angezogen für ein neu gebautes neu gebautes reihenhaus im april 2022 wurden im durchschnitt 291.258 verlangt wobei in england für das vergleichbare haus rund 404.000 pfund verlangt wurden das ist natürlich jetzt ein unterschied von fast 320.000 pfund für das gleiche haus daran kann man schon sehen dieses nord süd diesen nord süd anstieg muss man jetzt was sagen nicht gefährde in england sind die häuser also tatsächlich erheblich teurer was zum nachteil bringt das natürlich unheimlich viele ältere engländer hier hoch kommen und sich hier ich sag jetzt mal alters sitze kaufen oder sommerhäuser kaufen dementsprechend natürlich was ich vorhin auch gesagt habe dass der durchschnittspreis in generell für ein einzelstehendes haus dramatisch angestiegen sind jetzt kommen wir mal zu der liste der billigsten wohngebiete wenn man vom neubau ausgeht da haben wir hier so gewisse regionen also als durchschnittlich zählen in dem augenblick reihenhäuser mit zwei bis drei schlafzimmern und einer größe von 64 bis 101 kvadratmeter an erster position steht und mit somit das billigste wäre das nördliche ayershire hier war das der durchschnittliche kaufpreis für ein reihenhaus 156.456 pund das war im juli 2022 in der regel ko kamen die oder kommen die mit einem mehrblick daher oder zu messen mit dem sehblick aber meistens mit mehr blick weil halt das nördliche sehr starke küstenregionen beinhaltet an zweiter stelle etwas teurer dementsprechend das in der kleid hier wurde im juli 2022 durchschnittlich 180.600 pfund für ein haus aufgerufen also man kann schon sehen da kommt schon direkt dramatische sprung hinzu wenn man dritter stelle das östliche ayershire also zumindest inneren hin da liegt der kaufpreis schon bei 205 1500 pfund liegt unter anderem an der nähe dass wir da in den bereich glasgo edinburgh reinkommen je näher man natürlich mal die großen bereiche rankommen umso teurer wird es weil dort natürlich auch in anführungszeichen die arbeitsplätze liegen ist natürlich ganz klar wenn ich irgendwo aufs land ziehe ist natürlich die arbeitsplatz beweise oder der andere angewandte arbeitsplätze natürlich geringer als wir jetzt im umland in den großstädten an vierter stelle man mag es kaum glauben liegt dann die einfach eine aufstehende stadt die sich auch stark verändert im wandel befindet wobei wenn man hier länger lebt ob das jetzt wirklich wandel ist mag man mal dahin stellen hier lag der durchschnittliche kaufpreis bei 216.000 und am fünften platz agalen bute wobei hier der durchschnittliche kaufpreis zwischen 217 und 220.000 und lag hat natürlich den großen vorteil agalen bute ist quasi eine halbinsel eine gute anbindung nach glasgo über die halbinsel oder über die fair verbindungen die dort existieren würde ich auch hinziehen da da gibt es einige schöne ecken denn nun zum beispiel ist ein wirklich schönes plätzchen in agalen bute problem ist halt die arbeitsplätze richtig dort arbeitsplätze zu finden wird schwierig werden also dann muss man wahrscheinlich wieder übers wasser gehen mit der fähre richtung glasgow oder greater glasgow ob sich das dann wieder lohnt ist wieder eine andere frage ja der nächste abschnitt während bungalows das braucht man es nicht wirklich übersetzen bumberlosen bungalow auch im englischen durchschnittlicher bungalow hat in deutschland in großbrotanien schottland im wohnen ja dann an sechster stelle rennescheia ebenfalls seiner westküste gelegen also natürlich auch teilweise mit sehr schönen spots gerade am meer gelegen hier kommen bau dann schon auf 219 bis 225 tausend pfund personen häuschen wie das mit der versorgung mit arbeitsplätzen aussieht möchte ich oder kann ich eigentlich nicht wirklich viel zu sagen muss ich leider gestehen landschaftlich gesehen bietet es einiges ist nicht verkehrt an siebter position kommt noch lanaksha in der nähe mit der nähe zu glasgow natürlich aber trotzdem noch vielen kleinen einzelne orten teilweise mit maximal so 2000 einwohnern liegt allerdings im zentralgürtel von schottland also in den mittlerns und lowlands dementsprechend natürlich nicht wirklich viel mehr und auch nicht wirkliche berge zu sehen preise zwischen 220 und 225 tausend pfund club mancher im östlichen gebiet des zentralgürtels ging also in die andere richtung schon ist ein reines council gebiet also ziemlich klein im vergleich zu den anderen bereichen hat sehr viel landleben sehr viele kleine orte teilweise nur maximal 1000 1500 einwohner kommt natürlich mit einer super blütenpracht einher preise 226 bis 230.000 und neugebautes einfamilienhaus an neunter position dumpfries und gallery aufgrund seiner natürlichkeit viel natur viel abwechslungsreiches gebiet bietet natürlich eine ganze menge will sich aber auch erkauft werden für einen durchschnittspreis von 248.000 und kommt natürlich mal richtig ins portmonee rein an letzter stelle weil wie gesagt die zehn besten plätze oder billigsten plätze die highlands in the islands man mag es eigentlich kaum glauben dass es so weit unten in der liste kommt aber aufgrund einiger faktoren kommt es so spät in der liste weil die preise dementsprechend hoch sind ist der größte regierungsbezug in ganz großbritannien aufgrund seiner enormen ausdehnung auch auf die inseln weil chetland zum beispiel wird mit dazugezählt auch mit dazugezählt die ganzen anderen harrison die werden alle mit dazugezählt die ganzen nennen harris lewis sky hat natürlich aufgrund seiner weitläufigkeit das geringst besiedelte gebiet in ganz großbritannien bietet natur naturlandschaftlich gesehen natürlich das beste was man kriegen kann in schottland ich komme aber auch gleich zu der anderen seite der medaille wie gesagt aufgrund dieser besonderheiten aufgrund dieser enormen ballungsgebiete teilweise wie ihnen das in man das bietet also zum beispiel wirklich zentralen punkt ist mit auch das größte städtische gebiet mit seinem eigenen council und aber hier werden zum beispiel auch ganz dezent preise von bis zu 400.000 punkte aufgehoben ganz easy peasy für ein zwei drei bis vier bett rumhaus da sollte man sich also auch den kopf drüber zerbrechen der nächste ganz ganz große unterschied ist highlands hört sich immer toll an zum leben wie gesagt ich wenn ich mich umgucke ich lebe ja eigentlich schon gar nicht mal mehr wirklich in den hals mir schon mehr außerhalb schon fast aber die highlands selber haben natürlich auch gewisse nachteile viele häuser gerade in diesen sehr ländlichen gebieten haben keine wasserversorgung keine abwasserversorgung das heißt man muss sich eine musica grube oder ein zwitsch tank einbauen lassen der regelmäßig laut council entleert werden muss also das letzte anfrage beim heilen kann zu war die müssen also alle zwei monate entleert werden und das kostet zwischen 200 und 600 und kommt auf den anbietern bis genau an und natürlich auch die größe des tanks des abwassertankes teilweise sind die gebiete soweit abgelegen dass eine erschließung auch mit strom nicht möglich ist das heißt dieselbetrieb mit dem generator da muss man wieder gucken wie kommt der lkw dahin der einem die keine ahnung 1000 2000 liter diesel bringt das ist auch nicht mal das einfach weil da kommt dann teilweise ein allrad lkw eingesetzt werden ich kann also gebiete wirklich wo der lkw von der straße aus 20 minuten fährt im allrad antrieb um zum haus zu kommen durch kleine gebirgsbäche durch und 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 das sind natürlich alles sachen super schön dort zu leben morgens aufzuwachen schön die rehe hirsche und füchse zu sehen aber es kommt halt auch mit einem enormen kostenaufwand den man nicht unterschätzen sollte einher anlieferungen wie gesagt die grundversorgung man hat in der regel auch sehr schlechten internet empfang wenn überhaupt ich kann also häuser die schön weit abliegen 700 800.000 pund gekostet haben brandneu supergeile lage internet nur mit starlink möglich was ein schweinegeld kostet oder dann halt teilweise nur über eine sehr einfache kupferleitung dass man da teilweise mit zwei megabit download im hause steht mobilfunk verbindung teilweise auch nicht mehr möglich und das sind natürlich alles sachen weiß ich nicht das sind sachen die muss man wissen es sind sachen die können ganz enorm ins geld gehen vor allem wie gesagt generatoren man muss ein zweites system haben wenn das eine systeme ausfällt selbst dinge wie ich sag jetzt mal notfälle können da zum problem werden das notfall system in großbritannien oder in schottland ist natürlich frei aber nicht zu vergleichen mit deutschland man kann also hier dezent auf einem rettungswagen kommt darauf an wo man lebt ein bis anderthalb stunden warten ich gehe jetzt mal von der goldenen regel aus herzinfarkt schlaganfall sollte die medizinische erstversorgung innerhalb der ersten 30 minuten erfolgen wenn ich anderthalb stunden auf einen rettungswagen warten muss oder eventuell sogar auf einen rettungsschrauber also wenn man jetzt unbedingt eine herzschwäche hat oder andere gewisse vorerkrankungen sollte man sich wirklich aussuchen wo man dann hinzieht das natürlich dann auch wieder mit entsprechenden kosten verbunden das sind also alles sachen die gerade in den highlands eine enorme rolle spielen können weil viele der kleinen krankenhäuser zum beispiel teilweise nur tagsüber besetzt sind nachts komplett geschlossen sind das heißt der rettungswagen kommt aus einem ganz anderen gebiet also von weit weit her wie gesagt solche sachen sollte man im häuserkauf gerade mit hineinbeziehen ja das war jetzt erst mal so das grobe über die allgemeine situation der preise die lebenssituation generell ja rund 35 prozent unserer haushalte in schottland sind single haushalter macht übrigens auch den größten anteil an den haushalten aus der zweitgrößte anteil sind paar haushalte also mit zwei personen mit immerhin 34 prozent 95 prozent aller haushalte überhaupt bestanden aus zwei oder weniger personen vier oder weniger personen das sagt also aus dass in der regel auch nur teilweise drei personen da liegen also der großteil 95 prozent aller haushalte hat weniger als vier personen elf prozent aller haushalte sind alleinerziehende mütter mit kindern man mag es nicht glauben aber es ist ja vermietung und eigentum also rund 62 prozent aller haushalte besaßen ein jahr besaßen ein eigenheim in dem sie auch liebten zu 2001 in der volkszelle war hier keine veränderung zu beobachten also die zahlen haben sich nicht wirklich dramatisch verändert 24 prozent der haushalte wurden durch das council oder wohnbauwirtschaft angemietet das sagt also auch ein bisschen darüber aus dass es einigen bereichen nicht sehr gut geht finanziell dementsprechend mussten sich dann halt über den council anmieten 14 prozent haben von einem privatanbieter sprich von einem eigentümer angemietet und 92.000 menschen lebten in einem altersheim krankenhaus hospiz oder ein kinderheim dazu verlinke ich euch unten mal einen link darüber den scotland census damit ihr da mal sehen könnt wie das so im groben abgelaufen ist eventuell auch mal neuere daten bekommen könnt wobei meine daten sind derzeit von letztem jahr war die letzte zählung groß obwohl es keine wirkliche volkszellung gab ja grundsätzlich ist was sind die unterschiede der immobilientypen in schottland oder großbritannien erstmal allgemein mir wird immer wieder erzählt naja ich wollte habe mir häuser angeguckt und die sind ja verdammt teuer gut 2020 2021 sind die preise tatsächlich dramatisch in die höhe gestiegen aber aufgrund der gegebenheiten die ich vorher schon mal gesagt hatte dass die briten im allgemeinen nur die schlafzimmer anzahl angeben kann man hier mit diesen häusern auch schon mal ganz gewaltig ins wettnäpfchen treten es ist also ganz einfach hier eine anzeige zu finden vier schlafzimmer und in der regel werden hier keine gesamt quadratmeter zahlen angegeben meistens weiter und wenn man richtig weiter liest findet man jeden einzelnen raum aufgelistet mit den entsprechenden quadratmeter oder square food angaben also man sollte sehr gut mit taschenrechner sein oder im kopfrechner gut sein mir ist es also selber auch schon passiert dass man dann guckt oh vier schlafzimmer hat man hause 230 260.000 und 330.000 pund dann auf einmal so in der liste weiter unten taucht auf einmal ein haus auf vier schlafzimmer 680.000 pund wo man dann natürlich erst mal ins grübeln kommt ob da sich einen eventuellen preis vertan hat nein hat er nicht vor allem wenn man dann feststellt wow das ist ja ein richtig altes haus das ist ja von 1904 ja da kommen nämlich jetzt genau das problem im bereich der häuser von 1940 dieser des industriezeitalters hätte ich jetzt mal fast gesagt findet man unheimlich viele häuser die so der zwischending zwischen herrenhaus und normal einzelstand aus waren das sind also häuser die haben zwar vier schlafzimmer haben dann aber auch in der regel vier badezimmer und reception und kleines und großes wohnzimmer eventuell sogar zwei küchen und 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 bediensteten räume und und man darf also nicht vergessen dass so ein haushand mal ganz schnell sieben räume haben kann diese räume wollen natürlich bezahlt werden da machen wir uns mal nichts vor dementsprechend wird das haus teuer also wenn man solche dramatischen preisunterschiede sieht sollte man sich vielleicht mal die gesamte anzeige zur rate nehmen und wirklich mal nachlesen und dann stellt man dann schon mal fest dass das dinge wirklich ich habe auch schon häuser gesehen mit zwei receptions auf der linken und auf der rechten seite dann ein kaminzimmer dabei der kleine bibliothek wohnzimmer und dann vier schlafzimmer oder sechs schlafzimmer da kommt dann alles natürlich klar da kommt dann so eine zustande bei gerade bei diesen alten häusern muss man aber auch immer im hinterkopf behalten wenn man kaufen möchte es kann passieren dass die nicht auf dem neuesten stand der technik sind sprich einzelverglasung statt doppel- oder dreifachverglasung eventuell noch zweiletzige flach drähte die laut britischen standards eigentlich nicht mehr wirklich gestattet sind das heißt man fängt dann wahrscheinlich erstmal noch an die gesamten dingens auszureißen installation auszureißen oder eine blei installation noch was man zum beispiel auch unheimlich viel findet bei älteren häusern getrennte wasserhenne macht euch da oder wenn ihr wirklich andenkt was kaufen kauft nichts blind guckt es euch an es ist sehr gewöhnungsbedürftig man findet sehr häufig noch auf öffentlichen toiletten aber gerade auch in älteren häusern oder in industriegebäuden dass man getrennte wasserhenne hat sprich man hat auf der linken seite kaltwasser auf der linken seite kaltwasser auf der rechten seite heißwasser wenn man sich jetzt mit warmem wasser die finger waschen das ist eine ganz schön schnelle aktion schön drauf links und rechts hin und her zu schritten nein scherz beiseite früher war es halt so dass es man ungern mich batterien eingebaut hat ist teilweise auch heute noch so auch bei neubauten teilweise also ich habe hier zum beispiel mit natürlich auch noch ein becken drin wo tatsächlich kalt und warm zwei getrennte hähne sind da muss man halt aufpassen da kann man auch nicht mal ebenso zumindest nicht mal gemietet hat man ebenso eine mischbatterie reinbauen damit muss man einfach leben muss es sich im becken an mischen und dann halt entsprechend warmes wasser nutzen kann also kein fließend warmes wasser benutzen brennend heißes oder eiskaltes das sind alles so sachen da muss man sich den kopf drüber machen auch bei älteren häusern findet man viel kalte kälte brücken nicht isolierte häuser wände schimmelbesatz also mich angekommen habe ich bei homebase gearbeitet und ich muss ganz ehrlich sagen wie viele diese humanisers diese kleinen boxen die so gel innen haben das was ansorgt wie viele davon verkauft wurden so im jahr ich war geschockt die schotten sehen dass halt alles etwas anders wie die deutschen teilweise auch ein bisschen offener ob es gesundheitlich unbedingt besser ist das lassen wir erstmal außen vor stehen aber das ist halt das was ich immer lustig finde wenn manche leute hier urlaub machen wie toll auch alles ist wenn ich hier leben muss weil machen wir uns nichts vor ein bnb ein hotel die werden sich die größte mühe geben dem kunden den möglichst bestmöglichen komfort die bessermögliche ausstattung zu geben wenn ich hier etwas miete oder kaufen möchte ist das nicht unbedingt der standard weil ich muss dem kunden ja nichts bieten das ist das was der markt hergibt wie gesagt in einem bnb in einem hotel sieht das anders aus ist nicht unbedingt zu vergleichen mit einem reihenhaus oder einer wohnung oder mit irgendeinem alten zum beispiel im guten alten chalet oder selbst mit einem kleinen bungalow oder kann man nicht vergleichen ist also wie gesagt das sind sachen da muss man sich halt im plan darüber sein dass diese unterschiede bestehen auch dass zum beispiel unheimlich viele briten schotten mehr als einen eingang haben also ich habe zum beispiel zwei eingänge hier ich habe den haupteingang vorne den fronteingang und seiteneingang auch wie ich mein shared living in the new maness hatte wir sind immer über den rückwärtigen seiteneingang über den garten reingekommen komischerweise benutzen die briten bevorzugt ihre seiteneingänge und nicht den haupteingang für mich macht sinn weil mein nebeneingang oder mein seiteneingang ist direkt an der auffahrt das heißt wenn ich schwere stüten steppe komme ich rein bin im utility room und dann direkt in der küche das heißt ich habe meine einkäufe direkt in der küche muss nicht erst durchs ganze haus rennen und das ist halt in der regel in vielen haushalten so dementsprechend also bei uns steckt zwar der schlüssel auf der haupteingangstür aber ich würde mal sagen es passiert nicht wirklich viel an dieser tür also paket anliefern also die seitentüre ist muss man sich halt auch mit anfreunden ich persönlich finde es auch toll das ist aber eine geschmackssache muss man mit leben wie gesagt so das sind zuerst mal diese groben sachen zu den häusern jetzt kommen wir mal zu den typen von wohnhäusern oder bodenraum wer aber kann man als erstes damit an apartment was natürlich oder umgekehrt wohnung was hier partners genannt wird die durchschnittliche größe einer wohnung beträgt 60 bis 75 quadratmeter verfügt maximal ein bis zwei schlafzimmer das ist so der grobe durchschnitt meistens natürlich interessant für singles ältere paare jüngere paare die gerade anfangen oder bei beim kaufen natürlich für erstkäufer wobei die tendenz eigentlich er dahin geht in großbritannien oder in schottland darf wohnungen eigentlich mehr vermietet als verkauft werden also die meisten leute die kaufen kaufen sich eigentlich häuser liegt unter anderem damit zusammen dass hier ein rechtliches system nicht vor gibt zum beispiel wenn ich jetzt im haus mit drei parteien habe einem erdgeschoss einem obergeschoss und eine unter dem dach dass es keine wohneigentümergemeinschaft gibt so wie in deutschland zum beispiel das heißt derjenige der oben wohnt zahlt leider auch das dach die anderen beiden parteien zahlen da nicht für weil ich sage es ganz einfach ich habe mit dem dach nichts zu tun interessiert mich nicht es ist also wirklich jeder für sich alleine gelassen dementsprechend sagen die leute natürlich auch warum soll ich kaufen ich habe nachteile ich muss mir das ganze haus mit anderen leuten teilen gerade wenn ich jetzt unter dem dach lebe also man kann auch zum beispiel sagen gerade beim kauf sind erdgeschoss wohnungen zum beispiel 20 prozent billiger ungefähr was ich eigentlich nicht verstehe weil die sind die eigentlich freundlichsten weil man keine treppen hat aber es sind halt die billigsten wundert mich jetzt ein bisschen aber es ist halt so neuere wohnungen ab 1985 1990 ungefähr werden sehr sehr häufig in der sogenannten offenen bauweise open space gebaut oder wurden gebaut das heißt also man hat eher eine wohnküche als wie ein reines wohnzimmer muss man ein freund von sein ich bin es persönlich nicht ich habe das gerne getrennt weil allein schon weil da komme ich jetzt gleich noch zu im gesamten nachgang alles was mit vermietung zu tun hat in großbritannien ist das system so wenn ich vermiete oder wenn ich miete alles was in der wohnung installiert war gehört dem eigentümer hier kommen zum beispiel wohnungen und häuser wenn man die kauft in der regel auch mit voll ausgebauter küche einher mit entsprechenden elektrogeräten und die gehören dem vermieter das heißt wenn da was kaputt geht habe ich kein sagen dazu ich rufe meinen vermieter an dort passen auf spülmaschine ist im arsch kommt er raus guckt sich das an oder schicken plammer raus der plammer guckt sich das an und sagt okay wir müssen spülmaschine tauschen oder wir können das und das machen das thema durch ich habe also nicht so wie in deutschen einen eigenen anteil daran zu schaffen zu tun zum beispiel wenn bei mir wasser an kaputt gegangen ist gut ich habe es in meinem eigentum gelebt aber wenn ich in seiner wohnung gelebt habe dann müsste ich zum beispiel anteilig den wasserhahn bezahlen ist hier nicht der fall dafür kommen hier aber auch andere nachteile ins spiel ich kann hier keine löcher oder keine nägel in die wand schlagen keine schrauben die wand drehen ist nicht drin ich kann jetzt nicht sagen auch gefällt die wand war wenn ich ich mache da eine andere dran ist nicht drin neue tapete ist nicht drin vermieter anrufen fragen wenn der sagt ist okay kein ding wenn er sagt ist nicht dann ist nicht da muss man sich halt also ganz eindeutig gerade beim mieten darüber bewusst werden man hat nicht die gleichen rechte wie beim in deutschland zum beispiel wie gesagt österreich schweiz kenne ich mich nicht aus wäre ganz toll wenn ihr meinen kommentaren da was zu schreiben würde aber wie gesagt zu deutschland hat man hier vor und da braucht nachteile man zahlt in der regel weniger auch die geilen vermietkosten man zahlt in der regel nur ein bis anderthalb miete kaution und an den vermakler eigentlich gar nichts also man kauft natürlich aber jetzt beim mieten ich habe an den markler gar nichts bezahlt die kosten trägt der vermieter ist eine tolle sache finde ich nicht schlecht wie sagt auch mit der mit der kaution ich habe also einen monats miete kaution hier bezahlt ist okay kaum leben wie gesagt um wohnungen werden in der regel eigentlich mehr vermietet das sind also wie gesagt neubau mal das ist noch ein punkt der man dazu sagen sollte es gibt gerade in neubau gebieten hier ich habe das in aber dienen gesehen und ich habe es in glasgow gesehen und ich habe es auch in in verness gesehen es gibt so neuartige ich sag mal dazu condominium style wohnblöcke das neubauten wo wohnapparten oder apartments gebaut werden in der regel sogar open space ich habe nicht mal mehr mit richtiger küche sondern einfach nur mikrowelle wasser kocher und gutes die dann mit gemeinschaftsräumen einhergehen sprich eine sauna sportstudio ganz häufig gerade im gehobenen bereich dann sogar auch noch mit einem concierge service das heißt also die haben eine rezeption oder section oder man zum beispiel ich sage mal man stellt fest heute abend brauche ich einen anzug auf die rezeption haben können sie mal kurz mal an zu holen und die reinigung bringen muss ich selber machen wo ich trage keine anzüge was egal da geht das aber oder dass die pakete für einen annehmen dann abends auch nach hause kommt geht man an der rezeption vorbei die geben einem die pakete oder bringen die einem teilweise sogar hoch ist natürlich mietweise natürlich erheblich teurer als wie eine normale wohnung zu mieten aber wenn es einer mag warum nicht also ich finde die idee gar nicht mal schlecht ich kenne das auch viel aus den usa und auch aus asien her also thailand gibt es was zum beispiel auch sehr häufig teilweise dann sogar noch abgeschlossene bereiche mit sicherheitsdienst habe ich jetzt hier in großbritannien noch nicht gesehen aber in usa in asien dass sowas also gar man gebe ich möchte auch vielleicht gibt es auch irgendwo in gewissen bereichen hier weiß ich nicht kommt natürlich auch ein bisschen auf die wohngegend an wo man lebt aber wie gesagt da muss man halt mit klarkommen werden ja der nächste abschnitt während bungalows das braucht man es nicht wirklich übersetzen bungalow ist ein bungalow auch im englischen durchschnittlicher bungalow hat in deutschland in großbritannien schottland im wohnfläch waren circa 78 bis 100 quadratmetern das ist der große deutschland so ein bis zwei schlafzimmer also unsere ist dann schon wieder weil wir haben drei schlafzimmer schon etwas größerer bungalow aber das ist jetzt mal der standard bungalow in etwa diese werden natürlich bevorzugt von haushalten mit ein zwei also paaren sage ich mal älteren leuten die keine treppen mehr haben wollen behindertengerecht sind ein bisschen bungalows kommen in der regel mit garten und garage einher das heißt sie bieten eine gewisse privatsphäre im vergleich zu anderen arten sind in der regel auch einstellstehende häuser es gibt einige bungalows die sind sogenannte doppelhaus bungalows die dann spiegelverkehrt quasi aneinander gebaut sind sieht man aber eigentlich weniger bungalows haben in großbritannien immer so diesen kleinen beigeschmack altbacken zu sein teilweise auch wie cottages auch ein bisschen outdated zu sein in der regel wurden bungalows weil heutzutage werden sie eigentlich kaum noch gebaut auch neu nicht oder man muss sich halt echt wünschen aber in der regel werden tatsächlich als ein oder anderthalb stockhäuser gebaut also bungalows sind wirklich selten geworden dementsprechend wirken es halt outdated die meisten bungalows wurden gebaut zwischen 1990 und 2010 so wie unsere auch also unsere ist knapp 20 jahre alt jetzt dementsprechend muss man natürlich damit wenn man mietet folie benehmen was der eigentliche eigentümer mal irgendwann sich ausgesucht hat dementsprechend weiß gut unsere ist jetzt ziemlich modern gehalten schon für sein alter also da kann ich nicht meckern also schon doppelverglasung ich habe sogar dreifach verglasung in einigen bereichen also kann man nicht mehr kommen aber wie gesagt das sind so viele briten denken sich das bungalows natürlich überteuert sind aus dem grunde weil sie halt einfach teilweise out of date sind ein bisschen altbacken wirken auch was mit cottages gerade mit bungalow cottages also die kein anderthalb geschossig sind geht das gilt das gleiche eigentlich sie bieten natürlich aber wie gesagt ein gewissen charme gewissen erhöhten nutzen weil sie in der regel ein bisschen mehr privatsphäre bieten und ja also ich persönlich komme im bungalow wasser klar man wird nicht mehr jünger ich habe ganz ehrlich gesagt keinen großen bock ewig treppen steigen zu müssen ist also die nächste folge während quasi rein häuser oder terrorist hauses und jetzt kommen wir zu einem punkt den man mal kurz anreißen müsste was unterschiedlich ist zum beispiel zu deutschland in großbritannien gibt es sehr restriktive residential areas sage ich mal das sind also gebiete die werden von einem großunternehmen aufgekauft zum beispiel springfield housing oder caledonia homes oder wie sie auch alle heißen mögen die kaufen riesengroße areale auch planen die durch und bauen dann da ich sag mal so zehn zwanzig dreißig häuser gemischt von zwei bedroom 33 bedroom vier bedroom bis zu fünf bedrooms bauen die da alles hin planen das durch teilweise mit parkanlagen und mit 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 allem möglichen trist was sind aber dann wirklich alle häuser sehen auch ziemlich gleich aus dann in der regel also sie haben den gleichen anstrich die gleiche aus man hat als käufer gerade im neubau jetzt eigentlich nicht wirklich die möglichkeit da sich was groß auszusuchen also wenn man ganz viel glück hat und das haus ist noch nicht fertig geworden weil die häuser werden gebaut werden dann während der bauphase abverkauft das heißt wenn das haus schon gebaut ist oder der grundriss schon steht also am grundriss kann man in der regel nichts mehr machen wenn man glück hat kann man noch die teppichfarbe die wandfarbe oder die fliesen aussuchen das war es aber dann in der regel wie gesagt nur das mal so am rande zu erwähnen wie gesagt reihenhäuser kommen in zwei grundlegenden größen daher einmal im standard reihenhaus wohnfläche circa 70 70 bis 80 quadratmeter und dann im luxus variante 100 bis 110 quadratkilometer gehört zwar quadratmeter in der regel ein bis zwei schlafzimmer und wir werden natürlich bevorzugt dadurch von jungen familien gekauft erstkäufern oder halt von leuten die einfach das etwas minimalistischer wollen der aufbau ist in der regel so dass man anderthalb geschossig teilweise zwei geschossen weniger dreigeschossig aber habe ich auch schon gesehen aber in der regel anderthalb geschossig sind mit zwei räumen oben zwei runden das ist so der ganz grobe einige gerade in der luxus variante der schreienhäuser findet man dann auch dann dass die utility dabei haben wo man seine waschmaschine sein trockener einbauen kann wo in der regel dann auch durchgangsraum zum beispiel wenn sie haben wenn vorhanden muss man dazu sagen in der garage dass man durch die garage ins haus reinkommt in der regel haben die ein bad auf einer der beiden etagen mit viel glück und gäste wc die luxus varianten kommen teilweise auch mit einem ensuite bad daher für das master bedroom ist natürlich eine ganz tolle sache braucht man nicht aus dem raum raus aber man muss es nicht so bei reihenhäusern muss man in betracht ziehen die haben in der regel wenn sie mit garten kommen und die viele kommen mit garten dass dort ein türchen drin ist mit einem zweiten eingang was ich bin also außer wir haben auch einen seiteneingang dieser eingang dieses türchen ist offen das heißt jeder kommt da rein also sicherheitsfreaks werden mit einem reihenhaus nicht ihre wahre freude bekommen weil wie gesagt da laufen dann teilweise fußwege hinter dem garten entlang am zaun die öffentlich sind und dementsprechend von jedem begangen werden können das heißt also jeder kann quasi in diese gärten rein spazieren und stehen auch immer vor seiner terrassentür sollte man bei solchen sachen beachten kommt aber auch bei den späteren bei den doppelhaushälften ist das in der regel genauso gerade wenn sie in großen residential areas gebaut worden sind wie gesagt sollte man aber einfach mal im hinterkopf behalten ja wie gesagt reihenhäuser haben so gerade die neubaut mittlerweile so müssen den charmen wie gesagt die sehen alle gleich aus ich weiß es nicht bei den heutigen schließsystem die in großbritannien vorherrschen also wenn man jetzt ein standard schließsystem nimmt asa oder so weiß ich nicht wenn man besoffen ist möchte ich nicht wissen wie viele mal beim falschen traurig in dem bett aufgewacht sind morgens weil die häuser gesagt alle gleich aussehen und der dann im betraut besoffenen kopf die falsche eingangstür erwischt hat weiß ich nicht ich finde es einfach nur der gedanke ist eigentlich irgendwie ganz lustig aber gut wie gesagt um eine auflockerung zu erreichen wie gesagt planen diese bauer teilweise parkähnliche anlagen drumherum teilweise sogar richtig mit spielplätzen und allem ist eine ganz tolle sache wenn man es mag wenn man die nähe zu den nachbarn mag und alles man ist halt man hat doch in der regel wenn man nicht gerade das endhaus erreicht einer der beiden seiten irgendwie hat man auf aller jenseite immer nachbarn ist wie gesagt gewöhnungssache die nächste punkt werden doppelhäuser oder wie sie in großbritannien heißen semi-detached haus doppelhaushälfte im durchschnitt hat eine wohnfläche von 95 bis 110 quadratkilometer ich weiß nicht wieso ich immer auf quadratkilometer kommen aber gut nein zwischen 95 und 110 quadratmetern und zwei bis drei schlafzimmer also das ist dann schon wieder für die familien die mit mindestens ein oder zwei kindern kommen hat in der regel definitiv in anderthalb geschossig teilweise auch zweigeschossig auch hier wieder weniger dreigeschossig gibt es aber sind natürlich bevorzugte wahl von familien mit ein bis zwei kindern oder von familien die ich sag mal berufstätig selbstständig sind dementsprechend vielleicht ein kleines büro irgendwo im haus haben oder ein hobby raum im haus brauchen weil einfach der zusätzliche raum da ist oder ein gästezimmer zum beispiel doppelhäuser sind übrigens die weit verbreitetste art in großbritannien also dass man immer die zwei hauser zusammenstehen hat weil sie bieten den gewissen vorteil dass man eine gewisse privatsphäre hat zum vergleich zum reihenhaus weil man hat in der regel nur einen nachbarn der nächste ist das mal die garage weit entfernt weil doppelhäuser kommen in der regel immer mit garage das heißt also ich habe meine garage dazwischen und habe dann erst meinen nächsten nachbarn das heißt ich habe eine gewisse distanz auf einer seite zumindest und auf der anderen seite habe ich halt den nachbarn nur getrennt durch den garten zwar gut beim zweiten nachbarn sitzen hat wie gesagt in der regel schon etwas besser aus dementsprechend sind die natürlich bevorzugt sind also bevorzugterweise die häuser die sich die ober oder die arbeiter klasse kauft die ober mittelschicht und auch die untere oberschicht einfach weil sie fürs geld das meiste in der regel haben alle doppelhäuser utility room also ein haushaltsraum teilweise kommen die sogar einher mit einem hausanschlussraum der dann teilweise im flur unter der treppe installiert ist wo also alles zentral ins haus rein geführt wird sprich gas wasser elektrizität telefon und 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 also da von der aufteilung her ganz interessant eigentlich bei neubauten sieht man hier so ab 2015 2010 sieht man auch hier vermehrt teilweise offene bauweisen sprich küche und wohnzimmer in gewisser weise integriert dann mit einem großen master beton manchmal auch erdgeschoss ist aber nicht die regel aber kann man halt antragen gerade wenn man jetzt ich sag mal älteres haus kauft kann das schon mal vorkommen also wenn man sich gerade neu baut so dann kommen wir zum letzten oder zur vorletzten eigentlich klasse der häuser tschuldigung das wäre das einzelne stehende haus oder das die change aus durchschnittliche größe eines details 2011 über 147 quadratmeter und mehr sind natürlich die häuser die den meisten die meiste privatsphäre bieten dem meisten luxus bieten das sind dann auch in der regel häuser die nicht mehr durch diese baufirmen bauträger gebaut werden sondern die werden wirklich von kleinen firmen sowie excel oder oder teller homes oder so gebaut die also wirklich sich darauf spezialisiert haben einzel anfertigungen herzustellen dementsprechend natürlich auch die teuerste gade der häuser ich sag mal der normalen neubau häuser bieten aber in der regel alles was man haben will sie kommen meistens sogar mit einer doppel garage einher direkt sind natürlich auch dementsprechend die häuser für die gehobene mittelschicht oder die obere unterschicht weil ich sag mal dass ein häuser die haben bei drei bis 500 1000 an die wird sich also der normal arbeitende fließbandarbeiter nicht leisten können wie gesagt bieten aber natürlich weil sie in der regel großen vorgarten haben haben meistens auch noch einen richtigen großen hinterrückgaben bieten also fürs geld das meiste kosten aber wie gesagt auch das meiste geld sind aber auch am individuellsten sind also nicht vergleichbar mit doppel häusern oder rein häusern weil sie in der regel wirklich das bieten was ich mir als kunde wünsche in der regel setzt man sich mit einem zusammen man muss vorsichtig sein auch diese häuser sind standardisiert in der regel ein bisschen zumindest aber man hat einen einfluss drauf also das was man jetzt in deutschland kann dass man zum architekten geht und sagt ich will dieses haus haben so wie ich es mir wünsche ist in großbritannien sehr sehr selten gibt es aber ich würde mal sagen dass es weniger als ein prozent oder zwei prozent der gesamten häusermasse weil selbst diese einzelstehenden häuser ich sag mal so excel zum beispiel auf die homepage von excel geht oder tillerhomes zum beispiel die haben also da ich sag mal so drei vier fünf verschiedene häuser diese anbieten wo man den groben grundriss innen zwar noch ändern kann aber ich sag mal so das grobe äußere erscheinungsbild verändert sich nicht wirklich also das ist dann so also ich sag mal wenn man hier ein wirkliches freies haus haben möchte so wie man es sich selber vorstellt da reden wir hier von häusern die fangen bei sechs bis 800.000 an weil da geht dann wirklich ein architekt nimmt sich selber lässt sich oder berät einen auch und alles da reden wir dann aber wie gesagt wirklich von also ich weiß es nicht ich kenne kann der soma aus jemals gebaut hat die meisten oder sind so sagen wir diese standardhäuser von excel zum beispiel oder billy miller oder so die fangen dann sogar 300 bis 600.000 an die an kommt natürlich auch die größer an dass man alles also in der regel auch häuser die haben vier bis fünf schlafzimmer drei bis vier bäder doppelgarage teilweise eine große küche und ein oder zwei wohnzimmer und hobby raum und also wie gesagt das ist so die das nonplusulta was man eigentlich kriegen kann wobei auch hier der trend zu bemerken so ab 2015 dass die anfangen auch hier oben spaces also offene bauküchen zu haben offene küchen zu haben aber die sind nicht unbedingt standard aber das muss man schon wollen ja die letzte klasse an häusern die will ich jetzt eigentlich nur erwähnen da habe ich mir auch keinen möglichen kommentar zugeschrieben verfasst das sind quasi chalets herrenhäuser castles die teilweise angeboten werden oder ehemalige kirchen die aber so individuell sind dass ich da eigentlich gar nicht wirklich darauf eingehen möchte weil das ist wirklich was für liebhaber ich persönlich wird also auch wenn wir haben hier in port zeumann richtig schöne kirche die hätte ich auch gerne gehabt die ist auch verkauft wurden von 64.000 pund oder zu dem zeitpunkt hatte ich keine 64.000 die habe ich auch jetzt noch nicht 64.000 pund und der neue eigentümer hat noch mal knapp 70.000 rein gesteckt und da draußen wohnfähige anlage zu machen wie gesagt also herrenhäuser da rede ich also von herrenhäusern das sind für mich also die ich sag mal 56 78 schlafzimmer haben oder castles oder das sind so häuser da werden wir auch die ich jetzt damit ansprechen möchte einwanderer eigentlich nicht wirklich in kontakt kommen weil die sind vom preislichen herren wir haben in elgen hier ein chalet stehen oder herrenhaus eigentlich mit sieben schlafzimmern sieben badezimmern zwei reception rooms ein versammlungsraum zwei küchen 1,6 millionen pund also das sind summen da braucht man sich eigentlich kein kopf der wasser zu machen auch die unterhaltskosten für dieses haus strom und gas und wasser council also die council tax für dieses haus beträgt irgendwas mit 4000 pund im jahr und ich zahle jetzt hier 1300 das ist steht außen vor der nächste punkt ist ganz einfach was man natürlich hier viel sieht man sieht hier viele dieser häuser aber leute kaufen diese häuser auch hier mal es gibt ja auch in kleiner ich meine man gibt auch es gibt auch fünf schlafzimmer häuser die billiger sind weil sie dann eventuell älter sind oder nicht ganz so weitläufig sind oder so ein riesengroßes grundstück haben in elgen wurde vor zwei jahren ein haus verkauft mit fünf schlafzimmern für 390.000 tolle basis für ein bnb weil das ist genau das was die leute damit machen die kaufen sich ein bier kaufen sich so ein haus und machen dann ein bnb daraus weil anders können die sonst die raten für das haus einfach nicht bezahlen problem ist halt nur wenn jetzt einer auf die dumme idee kommen sollte euch kommen jetzt nach hause machen bnb auch knapp 30 prozent aller bnb ist hier in diesem großen umkreis haben über die letzten zwei jahre geschlossen also ob das jetzt unbedingt erfolgt ich meine es kann natürlich eine erfolgreiche aktion werden möchte niemandem das recht absprechen sich jetzt hier als bnbler niederzulassen aber es kann natürlich ganz gewaltig in die hose gehen das ist ein risiko da darf man sich nicht vor verschließen wie gesagt deswegen habe ich die häuser eigentlich nicht wirklich mit aufgenommen ansonsten wie gesagt möchte ich schon mal ankündigen also es wird nächste woche definitiv ein weiteres video geben das video ist nämlich schon fertig gedreht eigentlich weil ich habe jetzt in den letzten paar wochen unheimlich schwer jetzt fangen die urlaubszeiten an ostern war gerade unfälle verursacht durch falsches verhalten mit einsatzfahrzeugen auf der straße aber auch generell falsches fahrverhalten da habe ich also mal ein video zu gemacht und da einfach mal eine gewisse grundaufklärung reinzubringen was gestattet ist was nicht gestattet ist wie man sich verhalten sollte und 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 ansonsten wünsche ich euch erstmal alles gute danke dass er bis hier durchgehalten hat ich würde mich über kommentare natürlich super freuen wenn er mir ein like da lasst werde ich natürlich noch begeisterter wenn er dann noch die glocke drückt damit er immer schöne benachrichtigung bekommt ein neues video kommt wäre dann für euch erstmal ist perfekt wenn ein abo da lasst dann wäre ich euch super dankbar ansonsten wie gesagt alles gute erstmal bis zum nächsten video wünsche ich euch und ich würde mich über kommentare freuen wenn ihr fragen habt wenn ihr hilfe beim einwandern braucht oder sucht meldet euch ich bin bereit euch gerne zu helfen soweit es mir möglich ist ich meine ich bin natürlich kein einwanderungsberater und dann auch keine offizielle stelle ich kann euch also jetzt nichts garantieren oder so aber ich kann euch meine hilfe anbieten aus meinen erfahrungen aus das was ich hier mitbekomme aus den beziehungen die ich hier schmieden durfte und konnte bisher kann ich euch natürlich in einigen gewissen punkten unterstützung anbieten was ich auch gerne bereitwillig machen möchte dementsprechend alles gute bis zum nächsten video Louis M M Untertitelung des ZDF, 2020